So wie die Welt inzwischen ist, die gesamte Zivilisation steht in Flammen und niemand will mehr rausgehen. Deshalb wollen alle ihre Häuser renovieren. Sie wollen sie zu Festungen machen. Ja, viele wollen wohl aus der Stadt raus. Schätze ich. Schon witzig, dass das passiert. Das ist die vierte Wende. Wie bitte? Historische Ereignisse. Diese nichts, was einfach passiert. Sie müssen angestoßen werden von großen Männern, Generationen, Persönlichkeiten. Und jeder von ihnen entfacht eine Wende, die so in etwa 20 Jahre dauert. Ungefähr. Und vier Wenden sind ein Säkulon. Etwa so lang wie ein Menschenleben. Und am Ende davon steht eine Krise. In dieser Nation ist eine Krise. Immer ein Krieg. Die Revolution. 80 Jahre danach der Bürgerkrieg. 80 Jahre danach. Der Zweite Weltkrieg. Und der ist bald 80 Jahre her. Ist es nicht so? Etwa sie wird passieren. Schon bald.